So, dürft ihr besser ganz kurz um den Urbitzen gehen? An dieser Stelle, wenn wir, also wenn ich ihn noch auf dem Ort habe, soll ich von der ganzen Kuckermorswürz eine Widmung von dem Fest anbringen. Wie viele von euch sicherlich vernahm haben, ist unsere Fusse gepflückt, ihre Mitglieder von Kuckermorswürz verstorben. Wir würden es leider immer noch nicht passen. Wir wünschen den Familien allen Angehörigen viel Kraft in diesen schweren Momenten. Und vergesst nicht, wir sind für euch. Der Pussy hat uns ausrichtet, dass wir unsere Saison wie geplant durchziehen sollen. Und das werden wir für ihn auch machen. Und ich nehme mir immer in Gedanken dabei an. Aber zuletzt, wo der Cousy wollte, dass wir jetzt in den Röpsal bleiben. Er war schliesslich ein Wohnentour, das gerne gefestet hat. Und dann würde ich doch meinen, machen wir das verdammten Wohl auch. Grüßt den Oben, glüßt den Schönen Sieben miteinander. Grüßt den Fasching, Kollegschaft, alles. Aufbekommt nicht. Das weiß ich von dir nicht. Das weiß ich von dir nicht. Das weiß ich von dir nicht. Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018